Ich könnte auch einfach mal die Augen aufmachen das nächste Mal. Ah, sind wir woanders? Moment. Okay, P-Switch. Ein Pils. Herr David, ich will den Pils abholen. Okay. Springboard. Ah, okay. Ein Springboard! Okay, aber wozu brauche ich den Schlüssel? Oh Gott. Ja. Naid. So, das war hier. Ja, komm. Und geschafft. Ah, okay. Gut, dann würde ich mal sagen... Auf sie mit Gebrüll ins Anderrock... Ins Ander... Ansel Grauen Castle. Okay. Ich mag diese Cutscenes irgendwie. Oh. Okay, wo geht's hier links lang? Na. Los, da lang. So, wir haben jetzt geschafft. Aha, aha, aha. Ein Pils. Oh, das sind diese Throms. Die mögen mich nicht. Ich meine, ich habe bisher doch keinen Throm gesehen, der freundlich gesinnt war. Aber es war schon mal gut, dass wir hier links lang gegangen sind. Weil dadurch haben wir direkt einen P-Switch gesehen. Oder, was heißt gesehen? Wir haben ihn bekommen und benutzen ihn jetzt. Wir werden die Macht des P-Switch, des P-S benutzen, um, äh... Um Pornos zu verteilen. Okay. Ein besseres Wort mit P wäre mir bestimmt noch eingefallen. Ah, das muss ich hier einsetzen. Alles klar. Also, ich hätte so oder so nach links gehen müssen. Auch wieder sehr episches Lied. Ich würde mal gerne... Wow! Boah, ich habe jetzt gar nicht da dran gedacht. Wurde ich ganz ehrlich sagen. Oh, what? What the fuck? Boah! Boah, das ist aber Böse. Oh Gott, das ist aber Böse hier jetzt mal. Zwar eine geile Idee, das muss man jetzt mal wirklich mal sagen an dieser Stelle, aber... Böse. Oh Gott, das ist aber... Doch, den Sprung kriege ich hin. Den Sprung kriege ich hin! Baaah, geschafft! Hab doch gesagt, ich kriege den hin. Okay, was kommt jetzt? Oh, ein riesiges... What the hell? Ah, okay. Okay. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Das ist aber böse gemacht. Zwar genial, aber... Ja, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Oh, meine Güte! Aber wie oft muss ich das machen? Das ist jetzt die Frage. Okay. Drei. Okay, das war vier jetzt. Ich glaube, fünfmal muss ich das machen. War's das? Nein. Das ist ja wieder typisch. Das ist genau da. Ah. So. Ha. Wow. Okay. Doch, das war's. Okay. Und wo kommen wir jetzt hin? Ah. Sehr schön. Line Rider. Warte. Ich... Ich hab immer noch nicht herausgefunden, warum ich jetzt hier das nicht bewegen kann. Nein. Sorry. Also, Freunde. Das war's erstmal wieder mit dieser Aufnahme. In der nächsten Aufnahme gehen wir dann den Line Rider auf... Oh, da wisst ihr was? Scheiß drum. Machen wir das jetzt noch? Zeig. Ah. Das war mit Line Rider gemeint. Okay. Aber sehr schön... Ein sehr schöner Background. Das möchte ich jetzt mal anmerken. Der gefällt mir. Ist das nicht aus, ähm... Super Mario World Central Production? Ich weiß es grad gar nicht mehr. Ich hab das aber so in Erinnerung, mich nicht, dass ich mich erinnere. Ich hab das mal an... Der смотрите high-chef. Ich hab das nicht mehr abst 담! Ich mach da... Ich hab das nicht drin. Ich hab das nicht insうisch suspense. Ich hab das nicht irgendwelche SolVER-Mite echt nicht voir. Ich hab das nicht unter��봤iert. Ich hab das nicht zuooo explore. Bis zum nächsten Mal.